Jo Leute, was geht denn? Willkommen zu Aya Wookie Game Master Leute, bei uns ist im Moment so viel los Es ist wirklich, es ist Full House Es ist wirklich gefühlt ganz Super Mario Also ganz, alle aus dem Super Mario Spiel sind bei uns Jetzt auch noch Yoshi Leute Für alle, die die letzte Folge nicht gesehen haben Es lohnt sich! Wir haben in der letzten Folge Einfach Yoshi auf Hetzelmann gerufen Es war so krass! Und Leute, wisst ihr was auch Krass ist, dass mein Luigi Wieder jetzt schon 60 aufrufen Also jetzt zur Zeit, wo ich das Video aufnehme Wenn Luigi wieder 60 aufrufen Nach 4 Tagen, wenn ich das Ich meine, meine Verhältnisse echt vielen nochmal danke Vielleicht hat's ja morgen nochmal mehr, weiß man ja nie Ich meine, war auch so Als ich das solche Video heute hochgeladen habe Also für mich ist das heute Für euch das ist gestern Hatte das Luigi wieder auch nochmal mehr Aufrufe So wirklich, ich wollte mich einfach nochmal bedanken Und ich wollte auch Danke sagen halt auch Und nicht, dass wir bei Aya Wookie Game Master 98 Abonnenten haben Leute, da fehlen uns noch 2 Abonnenten und dann haben wir die 100 auch Danke dafür Ich bedanke mich mit dem Voraus Auch wenn wir noch nicht 100 haben Oder ich guck spät nochmal nach Vielleicht haben wir da ja auch schon 100 Aber ich glaub noch nicht Ich glaub das dauert noch ein bisschen Und apropos ja, ich weiß ich Ich werde auch morgen Weil morgen Feiertag ist Kann ich morgen früh Wenn ich dran denke Noch ein Video für Aya Wookie Game Master Wenn ich mich davon aufnehme Irgendein Reaktion Video Was ich da morgen aufnehme Wobei ich doch wenn ich Ich werde dich wahrscheinlich auch am selben Tag hochladen Wenn es geht Offizielles Frühlingsbeginn Aber man merkt Luigi, Yoshi Forky Game Master Alle sind in diesem Haus Es ist Full House Es ist Full House Leute Ja man Ja man Full House Wirklich Also kommen die wirklich Gar nicht mehr zu wohl Wir feiern nonstop Partys Jetzt schon seit Tagen Also zuerst habe ich Eine mit Mario gefeiert Und eine mit Luigi Dann kam ja noch Gaby Dann zur Party dazu Ich montan Jetzt habe ich dann nochmal Mit Gaby gefeiert Und Yoshi So Leute Wir feiern hier nonstop Also nonstop feiern wir Partys Leute Es ist einfach zu krass Es ist zu krass Es ist zu krass Dass wir hier nonstop Partys feiern Aber ja Leute Ich meine Es ist auch mal gut Dass hier mal ein bisschen Action ist Ja bei uns Und dass jetzt Und dass uns halt Keine Leute terrorisieren Weil Uns davor haben Hat mich immer XO genervt Und alle Leute das ist halt nicht so Oder Gaby Oder Gaby Oder Phantom Also zur Zeit als Gaby böse war Aber Gaby halt auch mal So ein bisschen nervig Aber naja Das ist jetzt nicht mehr so Das ist jetzt alles beendet Das ist Es ist im Moment Einfach chill Wir Und es krachen wir Und wirklich Wir haben im Moment Wir haben das beste Leben Also wir haben das beste Leben Immer mehr Also das beste Leben Hier mit Hier mit Gefühl Ganz super Mario Leute ich weiß Ein paar Filme noch Oder Donkey Kong Ja doch Donkey Kong könnte man ja auch noch So vielleicht Rufen wir in den nächsten Folge Hier haben wir Donkey Kong an Das wird krass Dann ist es ja Richtig voll Donkey Kong Peach Alle Bowser Wobei Bowser vielleicht nicht Weil Bowser ist böse Ich weiß jetzt nicht Ob wir jetzt vielleicht auch noch Ob wir Bowser hinzuholen sollten Oder ob es nur die Idee wäre Ihn hier hinzuzuholen Oder Toad Toad könnte man hinzuholen Wirklich Wir könnten alle Könnten versuchen Ja das ganze Super Mario Universum irgendwie Zur Party hinzuzufügen Und hier zur Party einzuladen Ob dann alle kommen Das ist halt ja unwahrscheinlich Aber ich hoffe es Oder ich gehe halt immer davon aus Ich meine die wird sich von der Party entgehen lassen Oder das Es sei denn sie haben keine Zeit Dann ist das Das ist klar ja Das ist natürlich klar Dass die sich die Party entgehen lassen Aber ja Leute Und Ja Leute Ich würde sagen Was ja Was wir jetzt noch machen Gute Fragen Vielleicht Was wir jetzt sagen Jetzt reden wir Alle erstmals Wir wollten uns das noch ein bisschen Unterhalten Oder zocken Ja doch Zocken werden wir auch noch Und ja Das ist das Was wir noch machen werden Alter Das jetzt machen wir noch So ein bisschen Was wir sagen Jetzt Weil wir im Moment nichts besseres zu tun haben Zocken wir jetzt noch ein bisschen die Nacht rein Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Krass habe ich dein komplett noch nie gesehen So krass Hast du dein komplett noch nie angekündigt Ja in meinem Leben geht einiges ab Ja du Ich weiß Es geht ja einiges ab in deinem Leben Deswegen hast du dein komplett so angekündigt Das ist wirklich so Richtig krass Und vor allem weil ich auch die Maske abgenommen hat Also am Ende von deinem Combat Du hast einfach die Maske abgenommen Das war richtig krass Ja es war es Es war richtig krass Es war richtig krass Du hast Den wirklich immer gezeigt Du hattest deine Maske Irgendwie so Und den wirklich immer Es war einfach krass Dass du deine Dass du dich getraut hast deine Maske abzunehmen War auch krass Und Cooles Outfit Cooler Karpfen Alles schön Das ist einfach furcht aus Das ist Furcht aus Gaming Ja genau Das ist ein Lack für Taffy Deck Gaming Oder auch zwei Naja Und sonst Mir geht's gut Ich hab noch viel Glück in meinem Leben Ja der geht's gut Du ist Also das freut mich Dass du so viel Glück in deinem Leben hast Gaming Ja das freut mich doch sehr gern Also das freut mich Okay seit dann jetzt nicht Ich weiß es war bischenfalls ausgerechnet Aber das freut mich sehr Dass es dir im Moment so gut geht Und dass dein Leben im Moment so schön ist Ja das freut mich wirklich Ja das ist neiner Im Moment ist eigentlich das Leben von uns einschneiden Ich mein wir Werden nicht genervt Wir können Party feiern Es ist einfach Es ist ein Traum Es ist einfach Es ist Eigentlich mehr als ein Traum Leute ihr könnt euch auf krasse Sachen Ja ihr könnt euch jetzt auch auf krasse Sachen gefasst machen Jetzt wo du zurück willst gehen Es werden auf jeden Fall Krasse Sachen noch auf euch zukommen Leute Ja es werden noch so viele krasse Sachen kommen Leute unter anderem wir Geben ja auch bald auf Instagram Labstream vielleicht auch noch Heute wenn ihr das seht Das seht aber vielleicht auch erst ein paar Tage oder morgen Mal gucken Also genau wissen wir es noch nicht Wenn vielleicht alles klappt dann vielleicht auch wirklich schon heute Nachmittag Aber Leute ich will euch nicht so viel versprechen Kann auch sein dass es vielleicht auch Vielleicht auch erst nächste Woche passiert Oder aller spätestens in zwei Wochen Aber Egal Leute das ist egal Schaut mal Schaut mal einfach mal Also ich und GAMY schon nochmal Oder am allermeisten GAMY das Dass ihr dann halt einen kompletten Instagram lässt Mit GAMY habt Leute auf Instagram hatte ich ja über GAMY das wisst ihr Aber für die das nicht wissen sage ich es jetzt trotzdem nochmal Also Leute ihr könnt euch auf jeden Fall Auf krasse Sachen freuen Also es ist wirklich Es ist nicht zu viel versprochen Wenn ich sage es wird krass Es ist nicht zu viel versprochen Echt ne Leute wirklich es ist Es ist krass Es ist auch krass Dass wir im Moment so viel Party feiern können Dass ich GAMY und alle anderen So richtig auf die kacke Und Leute wirklich Hier ist full house Das ganze Haus ist jetzt einfach voll Weil wir jetzt so viele So viele Partygäste auch noch hier haben Jetzt auch noch GAMY der jetzt endlich wieder zurückkommen ist Aber so lange ist es jetzt noch nicht her Als ich das letzte Mal gesehen habe Eigentlich ist es das erste zwei Monate her Ja Das ist eigentlich also Es geht jetzt halt so langsam So auf die drei Monate zu Aber trotzdem Das ist krass Dass ich und GAMY jetzt wieder so richtig Partyfeiern kann Also Sonst das GAMY immer nur da war Was ich mir dann irgendein bestimmter Anlass Zum Beispiel mit INIT oder so Aber naja Das ist jetzt nicht so Das ist Gott sei Dank jetzt Aber jetzt Dass ich jetzt mal so schöne Sachen machen könnte Leute vielleicht Wir hätten ja auch bald Donkey Kong auf Facebook anrufen Leute Wir schauen einfach mal Ja Leute Ansonsten Ich glaube Das war es denn für heute Dann würde ich dieses Video für heute auch schon beenden Es ist einfach krass Leute Lass alle einen Daumen nach oben Da lasst Einen Daumen nach oben Ein Abo dafür GAMY wird sich gerne auch freuen Und Leute Worüber sich GAMY auch freuen würde Ist wenn ihr auf seinen Instagram Live-Stream einschaltet Ja Also Leute Ich weiß es halt noch nicht Ich sage euch dann Bescheid Wenn wir irgendwas wissen Also wann und wieviel Uhr Wobei das dann vielleicht wenn dann so Vielleicht so 15 Uhr sein wird Ich glaube 15 Uhr wäre eine ideale Uhrzeit Oder vielleicht auch 16 Uhr Egal Es ist egal Dann machen wir uns später noch Gedanken Um jetzt Wollen ich GAMY und die anderen erstmal noch so ein bisschen Ja wir Wir wollen jetzt noch so ein bisschen uns unterhalten Deswegen machen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken drum Aber Leute Deswegen würde ich sagen Ihr könnt gerne zum nächsten Video wieder einschalten Leute Bis zur nächsten Folge Und Peace out Abonniert